Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 466. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Duke. Ja, Servus, hallo. Der Basti. Gute und Grüße. Und die Frau Patricia. Hallo. Hallo. Wir können heute endlich reden über die ersten drei Punkte in der Rückrunde. Bevor wir aber dazu kommen, natürlich ganz klassisch wie immer am Anfang ein bisschen Housekeeping. Wie ihr ja wisst, sind wir fast komplett durch Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer finanziert. Und deswegen geht diese Woche stellvertretend der Dank raus an den Gunnar. Der kam nämlich in der letzten Woche mit einer kleinen Portion Extra Support vorbei. Und da sind wir sehr stolz drauf und sagen danke. Und wenn ihr da draußen uns noch nicht unterstützt, aber da vielleicht mal drüber nachdenken wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Und da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alles an Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt reden wir über Fußball. Die Eintracht durfte ran am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart. Und am Anfang gab es so ein bisschen Zähneknirschen, weil ich glaube, Donnerstagabend hat es sich angedeutet. Freitag kam dann die Bestätigung, Kostic fällt wegen krippalem Infekt kurzfristig aus. Und dann war schon so ein bisschen überlegen, wie es ist. Und am Ende waren dann Lenz, Hasebe und Jarkic in der Startelf. Fast sogar eine relativ defensive Aufstellung mit drei eher defensiv orientierten Mittelfeldspielern. Aber trotzdem reicht es am Ende mit einem 2 zu 3 für drei Punkte. Wie froh seid ihr denn darüber, dass wir am Ende dann mit drei Punkten da rausgegangen sind? Patricia, fang du doch mal an. Ja, sehr froh. Also das war halt wieder so eine... Das ist auch eine geile Frage, René. Ich bin nicht so ganz so froh. Ach nee, leider. Finde ich irgendwie kacke, aber... Nee, klar. Klar bin ich froh über drei Punkte. Vor allem in so einem Spiel, weil ich hatte das Gefühl, das war wieder so ein Spiel, was die Eintracht auch gut und gerne mal verliert. Oder aus der Hand gibt, wenn man es denn überhaupt jemals wirklich in der Hand hatte. Zumindest irgendwie so ein komisches Unentschieden spielt oder sogar verliert. Also von daher bin ich sehr, sehr froh, dass das diesmal geklappt hat, so ein Spiel zu gewinnen. Das muss man auch erst mal machen. Ansonsten war es halt wild, aber irgendwie im negativen Sinne wild, finde ich. Auf beiden Seiten nicht besonders gut qualitativ. Aber bis auf ein paar Ausnahmen, also jetzt zum Beispiel Standardsituationen bei der Eintracht haben gut funktioniert. Bei Stuttgart dann das Verteidigen eher nicht. Aber ja, alles in allem, ich bin froh, dass man drei Punkte mitgenommen hat. Und klar, es gibt immer Sachen, über die man sich jetzt noch beschweren kann. Aber ja, drei Punkte stehen und ich glaube, das ist aktuell das Wichtigste. Ja, das ist gerade schon angesprochen. Die Abwehr bei Stuttgart hatte immer mal wieder Wackler drin. Vor allen Dingen Mafropanos, der ja auch auf einer etwas anderen Position diesmal gespielt hat, hatte nicht wirklich einen sehr glücklichen Tag. Ist es nicht dann eigentlich ärgerlich, dass wir da nicht wesentlich deutlicher gewonnen haben? Weil die Chancen waren ja da und wie gesagt, die Abwehr von Stuttgart hätte auch prinzipiell mitgespielt. Wie sehr hat euch das geärgert an der Stelle? Basti, du bist ja immer jemand, der schon seit Wochen sagt, Stürmer wäre geil. Ist das jetzt wieder Bestätigung dafür oder? Ich habe ja gesagt, ich will darüber nicht mehr sprechen. Ich kann es jetzt eh nicht ändern, aber natürlich hast du recht. Also ich glaube, eine Mannschaft, die voll im Saft ist, rohrt Stuttgart da 5-6-0 weg. Weil das war eine Slapstick-artige Geschichte da. Also Stuttgart war so unglaublich schlecht. Sobald die Eintracht die angelaufen hat, haben die die obskursten Fehlpässe gespielt. Und teilweise der Eintracht sogar am eigenen 16. hat die Bälle in die Füße gespielt. Und dann hast du halt irgendwie wieder so einen Linz-Trill-Moment gehabt, wo du denkst, okay, das könnte und hätte das 2-0 sein können. Und kassierst wieder ein Gegentor, irgendwie ein dümmliches Gegentor. Also das war meiner Meinung nach echt ein nerviges Spiel. Weil du irgendwie gedacht hast, boah, die Eintracht macht sich das Leben aber auch echt schwer. Und ist momentan scheinbar nicht in der Lage, da irgendwie das ruhiger wegzuspielen. Beziehungsweise irgendwie in den Flow zu kommen, dann zu merken, okay, wir sind so klar besser. Wir werden diese Überlegenheit jetzt irgendwie auch noch auf die Anzeigetafel bringen. Und da bringst du dich halt in die Situation, dass du dann auf ein Traumtor von Rustic angewiesen bist und dann am Ende auf diesen Abfälscher. Also dieses Spiel hat, glaube ich, so viele Aspekte, die man ins Positive und ins Negative drehen kann. Also negativ finde ich, dass die Eintracht das Leben hat schwer gemacht. Schwer gemacht hat. Und meiner Meinung nach war Stuttgart sogar noch vorführt der schlechteste Gegner die Saison in dem Spiel. Also das war wirklich so eine katastrophale Mannschaft, habe ich lange nicht gesehen. Umso blöder ist es, dass es so 3-2 ausgeht. Aber es geht halt 3-2 aus. Patrice hat es schon gesagt. Ich meine, die Eintracht hat safe auch ein Talent, solche Spiele dann am Ende noch herzugeben. Oder eben nicht das 3-2 zu machen, sondern wir haben, glaube ich, was wir sicher dieses Jahr haben, ist diese Mentalität. Das war selbst gegen Bielefeld und Augsburg so. Die Eintracht probiert es immer bis zum Schluss. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Diesmal hat es geklappt mit auch dem quäntigen Glück. Aber ich glaube, das kann man positiv abhaken, weil die Eintracht halt probiert hat und die Eintracht diesmal belohnt wurde. Aber ich wäre halt gerne in Zukunft nicht mehr auf dieses Glück angewiesen, sondern ein bisschen zu denken, okay Leute, ihr seid besser und bei dem einen oder anderen beendet ihr vielleicht die Ladehemmung und dann kannst du, glaube ich, auch wesentlich entspannter in solche Spiele gehen, beziehungsweise dann in diesen Phasen, wo dann der Gegner mal ein bisschen Oberwasser gewinnt. Ich glaube, das ist jetzt schwierig. Ich habe jetzt vor einer Woche gesagt, ich rede nicht mehr über Stürmer. Aber ich bleibe dabei. Es ist halt, ich mache es mal so. Es ist halt so, dass wir in der Offensive nicht viele Möglichkeiten haben. Das hast du ja in der Startaufstellung gesehen. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen aussieht. Es ist halt so, dass wir auf Kostas und Kamada angewiesen sind. Und unterm Strich ist das, glaube ich, auch mein Fazit. Mit den Außenverteidigern, die wir da zur Verfügung hatten und mit dem wenigen Offensivpersonal, was wir auf dem Platz hatten, ist es wirklich fast völlig egal, wie wir gewinnen. Hauptsache, wie wir gewinnen. Ihr hattet Russisch jetzt schon angesprochen. Ist ja in der Halbzeitpause eingewechselt worden. Klaasner hatte auch im Interview danach, oder war, glaube ich, sogar in der Pressekonferenz, nicht im On-Field-Interview, gesagt, dass man auch in der Halbzeitpause nochmal Videoanalyse betrieben hat, was so die Standardsituationen angeht. Und sich dann da eine Eckball-Variante rausgesucht hat. Die Russisch ja dann zum 2 zu 1 genutzt hat mit dem langen Ball in dem Rückraum. Und der war ja echt mega frei. Und hatte ja dann noch das Glück mit dem 2 zu 3, den er ja dann auch relativ Volley nimmt, der dann ja glücklicherweise nochmal abgefälscht wird. Aber er hat halt einfach auch so ein bisschen diesen Mut, da die Bälle abzuschließen. Ist das etwas, was wir halt jetzt einfach auch brauchen? So diesen Menschen, der vielleicht mal aus der zweiten Reihe sich allen Mut zusammennimmt und da mal drauf hält, Dennis? Oh, ob man diesen Menschen braucht, das braucht man immer. Das ist immer der Klassiker. Ich formuliere um, brauchen wir jetzt mehr aktuell? Ja, also wir brauchen ihn. Der Kostic hat ein super Spiel gemacht. Also beziehungsweise diese Situation hat er hervorragend natürlich da aufs Tor gebracht und hatte dann auch das passende Glück. Ich muss aber sagen, eher auch die Seite von Lenz, auch wenn er sicherlich Kostic an der einen oder anderen Stelle da nicht ersetzen kann, hat er auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch die Vorbereitung zum, was war es dann, das 2 zu 1. Das war schon sehr, sehr gut, sehr, sehr genau. Also da steckt Potenzial drin. Ich muss sagen, mich hatte schon aber trotzdem generell ein bisschen Angst, dass du, wenn du in der Nachbetrachtung dir anschaust, du hast zwei Standardsituationen gebraucht, du hast einen Abfälschungsball gebraucht, um dann im Endeffekt das Spiel hier zu gewinnen. Das ist nach vorn hin eine Katastrophe. Noch viel schlimmer ist, wenn ich mir dann anschaue, was für Fehler wieder unsere Defensive da auch fabriziert hat. Und da bin ich voll bei euch. Stuttgart war einfach an dem Tag auch wieder viel zu schlecht, um das auszunutzen. Da waren ja haarsträubende Szenen. Ich weiß gar nicht, Kalajdzic ist, glaube ich, dann in der einen Situation, wo er alleine aufs Tor eigentlich nochmal zurennt und da einfach gar nichts draus macht. Das ist dann gut, dass Stuttgart an der Stelle so schlecht ist. Ist aber schon sowas, was auch die Wochen immer wieder, diese Fahrigkeiten, die falschen Abstände in der Abwehr, zu viele Lücken, das ist im Moment, stimmt es einfach, finde ich, defensiv nicht so. Vorne, Basti, auch wenn du es nicht mehr drüber sprechen willst, wir müssen da irgendwie schon, irgendwie fehlt es vorne mit der Durchschlagskraft. Das ist einfach so, Stürmer ist ein Thema, was wir wahrscheinlich die ganze Rückrunde jetzt einfach haben werden, dass wir immer wieder sagen, Mensch, hätte man doch und wäre ja toll. Ja, aber da muss ich kurz einhaken. Bei dem Stürmer, ich meine, wir haben ja Stürmer, ich wollte ja einen anderen Stürmer, aber ich kann ja trotzdem über Stürmer reden, weil wir haben ja, Stürmer sind ja da, Paciencia ist ja da, und was ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich wirklich nicht verstanden habe, warum Lammers nicht im Kader war, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Die Eintracht kann doch nicht unter der Woche Interviews geben, wo sie sagen, wie schnell der im Training mit was für einem Speed der agiert, dass er da auf irgendwelchen Halbpositionen auch spielen könnte, wo er sich vielleicht wohler fühlt und dass sie trotzdem auf ihn bauen. Das hat Krösche und Glasen haben das eine Woche vor dem Spiel gesagt. Das ist nicht mein Kader. Und dann packst du, nein, was ist denn das? Dann gib diese Interviews bitte nicht. Ich meine, klar ist Lammers derjenige, der liefern muss, aber dass wenn du dann solche Dinge auch noch dann zusätzlich irgendwie dazu machst, brauchst du dich nicht wundern, dass das dann vielleicht wirklich überhaupt gar nichts mehr wird, weil am Ende ist es so, wir werden auch, du blöd ich das finde, wir werden auf Paciencia und Lammers angewiesen sein. Boree kann sich verletzen, Lindström ist ein junger Kerl, das ist sein erster Bundesliga-Saison. Sollen wir auf dem seine, meiner Meinung nach noch etwas dünne Schultern diese Last legen, dass er diese Dinger scoren muss? Nee, das ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Das ist kein Stürmer. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der torgefährlich ist, der eine geile Technik hat und gute Laufwege. Aber das ist mit Sicherheit kein Mittelstürmer. Und der Boree auch nicht. Das heißt, wir müssen diese Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und ich meine, wir können froh sein, dass Zindika diese Saison ein bisschen torgefährlicher ist. Wir können froh sein, dass wir eben diese Fernschüsse hatten. Wir hatten von Jakic einen, von So einen, jetzt haben wir von Rustic einen. Und trotzdem wäre es besser zu wissen, dass du in gewissen Situationen, und Stuttgart wäre eigentlich auch so ein Ding gewesen, dass er halt ein Stürmer ist. Und wie viele Bälle gab es im Stuttgart-Spiel, die einem flach, schön von der Grundlinie an den Elfmeterpunkt gespielt wurden, da ist keiner. Ja. Das ist halt einfach so. Es gab zwei, drei Szenen, wo einmal Rustic reinspielen kann. Es ist einfach so, ich kann jetzt nicht mehr rummeckern, holt einen Stürmer. Nee, aber dann probiert irgendwie, diese beiden Stürmer, die wir haben, so weit zu integrieren, dass sie zumindest als Einwechselspieler eine Alternative sind. Und das scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Das heißt, die Eintracht fährt lieber mit sieben, oder was, acht defensiv orientierten Spielern nach Stuttgart und wechselt lieber Rustic ein und dann irgendwann Ilsanca, als auch nur im Ansatz, einer von diesen Stürmern zu benutzen. Der eine ist nicht in den Kader, der eine wird nicht eingewechselt. Also so ein bisschen mehr Variabilität muss die Eintracht sich da schenken, weil im Endeffekt, wie ist denn das 2-2 von Stuttgart gefallen? Die machen das schlechteste Spiel aller Zeiten. Dann haben die eine Standardsituation und was machen die? Einmal flanken die in die Mitte, wo halt ein großer Stürmer steht und dann steht es trotzdem 2-2. Und wenn der Ball nicht abgefälscht wird, geht dieses Spiel 2-2 aus. So, Eintracht zwei Standards, Stuttgart irgendwie ein Stürmerkopfballtor. Es ist doch einfach so, ich mache das doch nicht, um Leute zu ärgern. Ich sage einfach nur, die Eintracht muss in gewissen Situationen auch einfach zu Toren kommen. Und da gehören die Standards dazu, das ist verbessert worden, das hat die Eintracht ja gesagt, das war sehr gut, dass sie in der Halbzeit sich das ausgedacht haben. Trotzdem gibt es halt auch noch eine dritte Möglichkeit und das ist, das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen, das ist Flanke, Kostic, Tor, Stürmer. Und dann lass es halt Paciencia sein oder lass es halt Lammers sein. Ich meine, da hat es ja schon gezeigt gegen Fenner und gegen Wolfsburg, also da würde ich mir wünschen, dass da in Zukunft irgendwie das probiert wird, dass man, was ist, wenn ihm gut zuredet, dann schick irgendwie Lammers, ich schick den zu mir, Alter. Ich meine, ganz ehrlich, was hat Baumgart denn mit Modeste angestellt? Das kann ja nicht unmöglich sein. Lammers ist ja jetzt nicht irgendwie, hoffe ich nicht, aber Lammers ist ja kein Imposter oder ein Hochstapler, der irgendwie wie Carlos Kaiser so getan hat, als er Fußballprofi und hat sich jetzt einen Vertrag abgegriffen und kann nicht spielen. Ich würde ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass Lammers und Paciencia auf der Bank zumindest sitzen, wenn irgendwie Spiele sich in irgendeine Richtung entwickeln. Oder, dass du es halt mal probierst, zu sagen, ey, ganz ehrlich, jetzt fehlt halt Kamada, dann lass ich halt Lammers mal vorne mitspielen, bevor ich dann den dritten Sechser ins Mittelfeld bringe, weil im Endeffekt, Dennis hat gesagt, ganz ehrlich, fünf Verteidiger, fünf Verteidiger plus drei Sechser und trotzdem kassierst du zwei Tore in der Schuld. Und der Gegner heißt Stuttgart. Ja, genau, die haben fünf Spiele kein Tor gemacht. Also das kann ja nicht so sein, dass man, also wenn ich mit wirklich, wenn ich mit acht defensiv orientierten Spielern irgendwo hinfalle, dann will ich auch kein Tor kassieren oder zumindest nur eins. Und da muss man gucken, also die Einfache muss da Lösungen finden, weil ich habe die Mentalität angesprochen und dadurch mit dieser Mentalität wurde dieses Spiel gewonnen und das ist auch mit das Wichtigste, weil das Wichtigste ist, dass es im Kopf stimmt und das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, Mannschaft und Trainer können einigermaßen miteinander. Trotzdem würde ich gerne, dass die Eintracht das erweitert und gewisse Dinge, dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, dass irgendwie Timmy Chandler einen Traumpass auf Linz rumspielt und wir dann hoffen, dass er reingeht, sondern dass du halt ein bisschen mehr Streuung hast, was deine Offensivbemühungen betrifft und da kann ich nur plädieren, irgendwie, irgendwie Paciencia und Lamas näher an die Startelf zu bringen. Zumal ja auch, wir hatten ja auch gerade eben schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen, es steht ja dann bald die Playoff-Phase und dann Auslosung für die Achtelfinalrunde in der Euroleague an. Wir haben dann auch Ende, Ende März glaube ich, dann auch schon wieder eine Länderspielpause. Man darf auch nicht vergessen, dass Bore, ich glaube seit mittlerweile bald zwei Jahren quasi konsequent durchgehend Fußball spielt, dass der überhaupt noch 90 Minuten auf dem Platz stehen kann, finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Auch da wird es wahrscheinlich irgendwann einfach zu einer Pause kommen müssen. Das ist es ja, kommt ja noch dazu. Wir haben ja gesehen, Kamala ist jetzt ausgefallen, nochmal, Lindström ist ein junger Spieler, der wird in ein Loch fallen. Und was ist denn dann? Was ist denn dann? Also ich meine, wir wissen schon, Kostic ist der Spieler, der darf auf gar keinen Fall ausfallen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann dürfen die drei davon auch nicht ausfallen in der jetzigen Situation, weil wir dann Probleme kriegen. Ich bin sehr gespannt, was da der Plan dahinter ist. Also wie sich das irgendwie jetzt zeigen wird. Ich meine, wir hoffen ja auch, dass wir noch irgendwie ein paar europäische Spiele haben. Zwei haben wir mindestens. Irgendwie, ich bleib dabei. Und das hilft nicht, wenn du den nicht in den Kahn nimmst. Die müssen Lammers irgendwie hinbekommen. Dabei bleib ich. Ja, Möglichkeiten wären ja durchaus da. Und da wäre eigentlich ja Stuttgart auch durchaus eine Variante gewesen, wo man auch davon ausgehen kann. Ganz ehrlich, das wäre perfekt gewesen. Diese verunsicherte Abwehr. Dieser Kasper, der ist ja betrunken auf den Platz gekommen, Afropanos. Und Walter M'Anton war auch unglaublich instabil. Also das wäre wirklich das beste Spiel gewesen, um Lammers irgendwie reinzubringen. Ich weiß nicht genau, wann man das jetzt machen kann. Und ich meine, wir reden jetzt später jetzt noch über das Wolfsburg-Spiel. Ich weiß nicht, ob es da richtig ist, obwohl er im Hinspiel getroffen hat. Aber irgendwie müssen wir gucken, dass uns das nicht um die Ohren fliegt, dass die zweite Decke nicht so warm ist bei der Eintracht. Da muss man irgendwie Lösungen finden. Ich meine, mit Russisch haben wir schon mal jemanden, wo man weiß, okay, der bringt halt dieses Fernschusselement rein oder Standards auch. Der hat eine geile Schusstechnik. Vielleicht hat er jetzt auch noch Selbstvertrauen. Das ist schon mal gut. Dann hat er das richtig angesprochen. Lenz hat das auch ordentlich gemacht, sage ich mal. und vielleicht kann Knauf sich recht festspielen. Also wir haben Optionen. Es ist nicht so, dass wir keine haben. Aber ich würde mir wünschen, dass die so ein bisschen strukturierter eingebaut werden. Weil momentan hast du das Gefühl, Glasner weiß bis kurz vorher auch nicht genau, wen er jetzt einwechselt. und dann ändert sich sehr, sehr viel. Das ist so. Man muss natürlich sagen, das Selbstbewusstsein und dass wir jetzt danach sagen, warum hat er denn nicht jemanden eher vorne reingestellt und weniger in diese Defensivaufstellung gemacht. Man darf nicht vergessen, ihr habt es beim, oder René hat es, glaube ich, beim Ankündigen schon gesagt, das ist jetzt der erste Dreier gewesen. Du kamst auch aus der schwierigen Phase. Du warst ja regelrecht jetzt gezwungen, gegen Stuttgart zu punkten oder dreifach zu punkten. Ich glaube, das spielt dann schon diese, was du hast vorhin richtig gesagt, Mentalität oder Psychologie, die hier auch dann, ja, den Trainer auch vielleicht zu der einen oder anderen Entscheidung dann bewegt, die im Nachhinein sicherlich nicht ganz ideal ist. Ob es dann gegen Wolfsburg, ja, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, umso mehr Selbstbewusstsein diese Truppe natürlich auch wieder bekommt und es funktioniert ärgerlich, dass Lindström dann diese Chance, ihr habt es vorhin angesprochen, zum 2-0 wäre es, glaube ich, gewesen, da nicht macht. Das würde dem auch nochmal einen Riesenaufschub oder Aufschwung geben. Dann sind so Situationen, Rode, ordentlich Spiel, hat dann wieder Probleme mit dem Knie, Halbzeit raus, dass dann Rustic danach so performt. Geniale Sache, aber sicherlich nicht selbstverständlich. Und ja, dann noch den Fall, den wir ja auch noch ansprechen müssen mit Hasebe, der ja unglücklich mit Trabb zusammengestoßen ist, der ja anscheinend irgendeine Brustkorb, Rippenfraktur, wie auch immer hat. Das ist natürlich jetzt was, da muss Hinti jetzt performen hinten und wie wird es umgestellt, was ist los? Also es wird spannend. Ich glaube, auch für die Trainer wird es nicht einfach und gerade, wenn du noch nicht so im Flow bist, das wäre überhaupt kein Problem, wenn wir jetzt die ersten drei Spiele oder aus den ersten vier Spielen waren es jetzt, glaube ich, dann neun Punkte geholt hätten. Da hätte jeder gesagt, naja, ist doch eigentlich, dann müssen wir halt ein bisschen rotieren, mal probieren. Jetzt sind wir doch so, du kommst jetzt gerade, jetzt hast du gerade mal wieder dreifach gepunktet, wenn es auch schwierig war, wenn auch gegen Stuttgart vieles nicht gut gelaufen ist. Jetzt darfst du es schon wieder umstellen und Wolfsburg, kommen wir ja dann noch zu, aber wird bestimmt jetzt nicht super einfach. Ja, wegen mir können wir auch schon direkt nach Wolfsburg springen. Ich glaube, Stuttgart war schon, haben wir jetzt so weit, schon, glaube ich, alle Punkte drin. Dann lassen wir es doch mal auf Wolfsburg, auf den nächsten Gegner gucken. Die ja jetzt auch nicht so angemessen eigentlich an dem Kader, den die haben, auch nicht so wirklich super unterwegs sind. Haben zwar es geschafft, diese Saison schon sechs Mal zu Null zu spielen, haben trotzdem eine Tordifferenz von minus zwölf, haben schon elf Mal verloren, stehen aktuell auf Platz zwölf. Also eigentlich auch, wenn man sich zumindest die Tabelle anguckt, könnte man jetzt sagen, okay, machbarer Gegner, aber Wolfsburg ist halt auch immer irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da unschöne Erinnerungen drin, ist echt kein Gegner, gegen den ich wahnsinnig gern spiele oder mir Spiele anschaue, was vielleicht aber auch mit den Akteuren so ein bisschen auf diesem Feld da zusammenhängt. Und dann hast du noch das, was wir gerade eben, was du schon angesprochen hast, Dennis, Hasebe fällt jetzt aus für mehrere Wochen, Kamada trainierte, glaube ich, heute individuell zumindest kostet, scheint ja wieder zurückzukommen. Aber so diese ganzen Rand- und Rahmenbedingungen machen einem jetzt nicht wirklich viel Spaß auf dieses Spiel am Samstag oder bin ich da alleine mit meiner Meinung? Nö, bist du nicht. Also ich freue mich generell nie auf Wolfsburg, aus diversen Gründen, aber vor allem, weil ich irgendwie sehr, sehr viele schlechte Spiele in Erinnerung habe. Also, ja, es ist einfach nicht der beste Gegner, den man sich vorstellen kann. Jetzt auch noch zusammen mit Florian Kohfeldt, wo ich auch die Erinnerung dran habe mit Bremen, wie er sich auf der Bank verhält, wie sich die ganze Bank verhalten hat, wie das die Eintracht aus, ja, so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ähnliches hatten wir diese Saison mit Augsburg, wo ich gesagt hatte, das hatte für mich so ein bisschen diese Bremen-Vibes einfach, wo dann die Eintracht auf einmal auch komplett aus dem Spiel raus war und ich habe halt irgendwie in der Kombination mit all dem, mit all diesen, ja, das sind letztendlich einfach nur Erinnerungen aus der Vergangenheit, habe ich schon irgendwie sehr wenig Bock drauf. Andererseits muss man halt auch eingestehen, hast du ja schon gesagt, Wolfsburg aktuell auch überhaupt nicht in Form. Also das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Ich glaube, da ist auch absolut niemand zufrieden mit. Die haben dann einen Kader, der halt absolut überhaupt nicht performt, der viel, viel weiter oben stehen müsste. Und ja, jetzt halt gegen Fürth gewonnen. Okay, jetzt kein Disrespect an Fürth oder so, aber das ist halt auch ein Pflichtsieg für Wolfsburg mit dem Kader. Und das ist eigentlich halt für viele in der Liga ein Pflichtsieg, die jetzt nicht unbedingt komplett im Abstiegskampf hängen sollten. Von daher, ja, ist schwierig einzuschätzen, aber wenn sich da die Eintracht einigermaßen zusammenreißt, muss da was gehen eigentlich. Basti, du hast gerade eben bei dem Namen Kohfeldt schon gezuckt. Ich habe auch gar keinen Bock auf Spiel, weil was soll ich da gewinnen? Also, das sind meine beiden Lieblings-Bubbles zusammen. Bremer halten ja immer noch zu ihm und die Wolfsburger mögen mich sowieso nicht. Und ja, Wolfsburg ist gefährlich. Also Wolfsburg ist wirklich ein gefährlicher Gegner. Die haben jetzt zumindest mal gemerkt, dass sie wieder gewinnen können. Die haben ähnlich wie die Eintracht gewonnen. Die waren auch nicht besser als Fürth. Fürth war nach dem Ausgleich eigentlich die bessere Mannschaft und dann gab es irgendwie ein abgefälschtes Ding von Maxi Arnold, der das Spiel dann entschieden hat. Also, die haben mehrere Probleme. Problem ist, die haben halt Qualität. Also, die haben, ich habe es gestern bei 390 gesagt, kann ich ihm noch nicht fassen, die haben in den letzten zehn Jahren eine halbe Milliarde Euro für Spiel ausgegeben. What? Und die haben halt, das sind gute Spieler. Also, die haben wirklich Qualität. Die haben jetzt Max Kruse geholt, der auch immer bei der Eintracht immer wahrscheinlich ein bisschen motivierter ist. Und das ist unangenehm. Nichtsdestotrotz können die auch nicht von jetzt auf gleich den Schalter umlegen. Also, die haben diese Altlasten da. René, du hast die Statistik angesprochen. Die haben wirklich grottenschlecht teilweise gespielt und die mit dem Kader wirklich die PS nicht auf die Straße bekommen. Das heißt, ich glaube, wenn Wolfsburg hier was holen will, dann müssen die sofort in den Flow kommen und vielleicht in Führung gehen, um dann Sicherheit zu gewinnen. Ich glaube aber, wenn die Eintracht drauf geht und die Eintracht die ärgert, dann kannst du diese Unsicherheit, die vielleicht jetzt durch den Sieg gegen Fürth ein bisschen kaschiert ist, kannst du auch wieder freilegen. Also, du kannst die, glaube ich, ärgern. Und du kannst auch, glaube ich, bei Wolfsburg sagen, okay, wenn du gegen die führen solltest, dann kriegst du auch wieder deine Räume und die musst du halt nutzen. Also, bei der Eintracht ist es davon abhängig, dass endlich mal, weiß ich nicht, vielleicht von den ersten drei Chancen vielleicht zwei drin sind. Also, ich meine, Bielefeld hat es uns ja gezeigt hier. Bielefeld hatte zwei Chancen, zwei Tore, dann stand es 2-0 und dann konnte der Eintracht praktisch nichts mehr machen. Das kannst du ja mit Wolfsburg auch machen, weil ich glaube nicht, dass die dann in der Situation, in der die sich befinden, so eine unfassbare Moral hätten, hier irgendwelche Spiele zu drehen. Also, das glaube ich nicht. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass das so ein Fifty-Fifty-Spiel ist, wo du halt auch ein bisschen darauf angewiesen bist, bei wem vielleicht dann wieder eine Standardsituation reingeht und oder nicht. Und Patrizia hat es angesprochen, der wird von außen, der wird Stress machen, der wird einem Schießrichter, der wird sich da vor Empörung auf den Boden werfen, wenn irgendwie ein normaler Zweikampf falsch gewertet wird. Ich weiß ganz genau, wie das ist, weil das müssen die auch machen, weil die in dieser Situation sind, wo sie sind. Die sind im Abstiegskampf, machen uns nichts vor. Zu den Mitteln werden die auch greifen und das hat der Eintracht in den letzten Wochen nicht so gut gepasst. Das hast du gesehen. Die haben sich sowohl von Bielefeld als auch von Augsburg, als auch von Stuttgart immer ein bisschen auch auf das Niveau runterziehen lassen und ein bisschen in diese Ektik rein, dass die Eintracht eben nicht klare Bälle spielen kann, wie sie es teilweise macht, wenn sie Platz und Flow hat. Deswegen ist das ein sehr, sehr unangenehmes Spiel und für mich ist es dreifach unangenehm, weil ich am Sonntag im Doppelpass bin und gar keinen Bock habe zu erklären, warum die Eintracht gegen Wolfsburg und Kohfeldt verloren hat. Also bitte Eintracht, bitte, Alter. Bitte, bitte, bitte. Zumindest nicht verlieren. Das ist natürlich ein bitteres, ein sehr bitteres Los für dich. Kennt ihr natürlich, aber auch ein hervorragendes Los. Also es ist... Weißt du schon, Darfst du schon erzählen, wer die anderen Gäste sind? Bis jetzt sind nur Effenberg und Friedhelm Funkel safe. Den Rest weiß ich noch nicht. Okay. Ja, könnte auf jeden Fall interessant werden. Aber wie gesagt, es könnte natürlich auch ein Triumphmarsch sein, wenn die Eintracht Wolfsburg wegrohrt und ich dann quasi sonntags morgens live vom Wolfsburger Vorstand erfahre, dass Schmadtke und Kohfeldt entlassen wurden. Ja. Ja, maybe. Könnte ein Wink des Schicksals mehr oder weniger sein. Mal schauen. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, wer bei Wolfsburg die meisten Tore bislang geschossen hat. Vielleicht hilft uns an dieser Stelle ein Stück weit, wenn unsere Abwehr ein Ticken stabiler ist, dass die beiden Spieler, die bislang mehr als die Hälfte aller geschossenen Tore für Wolfsburg, nämlich Weghorst und Lukas Mnecker nicht verfügbar sind oder nicht mehr da sind für dieses Wochenende. Vielleicht hilft uns das an der Stelle so ein bisschen. Die spannende Frage ist ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, wenn die Abwehr stabil ist, Hasebel nicht da, wie fit ist denn Hinti jetzt wieder nach ja auch so ein bisschen verletzungsbedingten Zeiten und vielleicht auch mental gerade nicht so ganz fit. Das könnte so ein bisschen der Knackpunkt an der Stelle sein, oder? Ich glaube, das regelt sich einigermaßen von selbst, also zumindest das Mentale, das Körperliche, weiß ich nicht, kann ich nicht reinschauen, aber er ist ja sowieso jemand, der auch mal drüber hinausgeht, wenn es sein muss, wo man dann jetzt auch überlegen muss, ist das so gut oder nicht, aber Fakt ist, ich glaube, wenn er gebraucht wird, wird sich das nach und nach sowieso regeln, weil er ist halt der gesetzte Spieler und er weiß auch, dass er eine tragende Rolle in der Abwehr hat und jetzt halt erst recht, wenn Hasebe ausfällt und ich glaube, ehrlich gesagt, er findet da rein, also da mache ich mir jetzt nicht so große Gedanken drum. Ja, bin ich voll bei dir, Patricia, also ich muss sagen, er weiß, dass er gebraucht wird, es wird auf jeden Fall jetzt, ist ja fast alternativ los, auch, ich habe irgendwo gelesen, Hinti ist ja so außer Form, da wird sicherlich umgestellt er fällt auf Viererkette und er fällt halt aus der Reihe raus, finde ich auch völliger Quatsch, auch Hinti ist im Endeffekt, ja, wenn der Körper mitspielt, das ist immer die, das A und O, diese ganze Geschichte um, ich glaube, es ist, wenn er performen muss und das muss er in dem Augenblick, denn es ist niemand mehr sonst da, der ihn eigentlich da ersetzen kann und wenn mir jetzt einer anfängt, ja, aber du hast ja noch Ilsanke und so weiter, beim besten Willen dann, also diese Runde hier jetzt sechs Wochen lang mit Ilsanke in der Innenverteidigung Mitte zu spielen, dann, das ist mir zu viel Verrücktheit drin, also ich denke, dass Hinti auf jeden Fall jetzt gesetzt ist, wir werden auch sehen, wie sich die anderen Spieler darauf wieder einstellen, gibt es da andere Bewegungen, bringt das vielleicht auch die Abwehr wieder enger zusammen, es ist ja sowas, auch unter Hasebel lief da nicht viel Gutes, muss ich sagen, in vielen Stellen, wir haben es schon angesprochen gegen Stuttgart, da waren so krasse Fehler, auch in diesen Vorwärtsbewegungen oder dann auch Abstände beim Defensivverhalten, die gehen eigentlich gar nicht und da kann eigentlich Hinti, wenn er einigermaßen an seine Form von vor herankommt, eigentlich nur ein riesen Bonus wieder sein und ja, dementsprechend hoffen wir einfach, dass er irgendwie performen kann und wie einfach nur Tor machen. Ich glaube, es wird ihm gut tun, es wird ihm, glaube ich, gut tun zu wissen, dass er halt jetzt erstmal die nächsten sechs, sieben Wochen gesetzt ist. Ja, glaube ich auch. ich meine, der hatte diese ganzen merkwürdigen Verletzungen, dann war er immer bewusstlos, dann hat er was mit der Schulter gehabt, dann war er so komische Sachen, hat er dann auch selber irgendwann bei Instagram geschrieben, dass er nicht genau weiß, was los ist. Ich glaube so, der hatte jetzt diese zwei Wochen, dann hat er jetzt wieder nicht gespielt, er weiß jetzt aber, okay, jetzt bin ich, jetzt werde ich gebraucht. Vielleicht braucht er auch dieses Gefühl, dass er gebraucht wird. Dann sind zumindest wieder ein paar Fans im Stadion. Ich glaube einfach, dass er sich, wenn er sich irgendwie einstellen kann, jetzt auf die nächsten Wochen, dass er dann wieder diese Rolle spielen kann, weil es ist ja auch nicht gesagt, dass die Eintracht jetzt abkackt. Vielleicht kommen wir auch wieder am positiven Floor. Ich meine, das waren ja diese Spiele, die jetzt dann folgen. So ab dem Bayern-Spiel ging es ja so ein bisschen irgendwie in eine Richtung, wo du dachtest, okay, der Eintracht verbessert sich und jetzt ist es schon ein bisschen früher sogar losgegangen. Ich meine, in der Hinrunde haben wir gegen Stuttgart noch nicht gewonnen. So, jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Jetzt müssen wir gucken, was gegen Wolfsburg passiert. Aber ich glaube, dass diese Abwehrprobleme auch ein bisschen überhypt sind. Klar, da gab es krasse Fehler, aber die sind halt auch immer bestraft worden. Und das hängt meiner Meinung nach auch nicht mit den dreien da zusammen, die da spielen, sondern eher, dass auf den Außen ständig andere spielen und dass die Statik sich halt dann verändert. Ob da irgendwie, weiß ich nicht, wer auf den Außen spielt und wie verschieben wir und wie kommen wir in die Offensive. Also ich glaube, das Gesamtkonstrukt ist da einfach instabil. Und da musst du halt gucken, analysieren, warum fallen diese Gegenteure, wer hat da wohl nicht aufgepasst und dann geht das meiner Meinung nach. Also anders als in der Offensive, bin ich in der Abwehr so noch ruhig. Also ganz ehrlich, links Indiker, rechts Tutor, in der Mitte Hinterecke, ganz im Ernst, das reicht mir aus, so um ruhig zu schlafen. Wenn du dann links Kostic hast und rechts Ansgar Knauf vielleicht und dann mit Jakic und So in der Mitte und dann vorne die drei, dann ist das schon eine geile erste Elf. Also dabei bleibe ich und ich glaube, dann könnten sich auch die Abwehrprobleme in Luft auflösen. Ich glaube, es steht und fällt mit diesem Flow, den die Eintracht braucht und mit wieder Selbstvertrauen, weil du hast gesehen, was passieren kann, wenn die Eintracht selbstvertrauenmäßig in den Flow gerät. Also ganz ehrlich, Leverkusen gewinnt 5-1 in Dortmund, die haben hier von uns fünf Stück gefressen und wir haben 5-2 gegen die One. Also diese Mannschaft ist zu krassen Sachen in der Lage und ich glaube, dass wenn sich dann eine gewisse Struktur wieder festigt und nicht ständig mal hier einer ausfällt und da verändert sich dann die Statik, dass dann wieder ein Flow reinkommen kann, aber das ist halt wirklich nötig, dass sich jetzt keiner mehr verletzt, ehrlich gesagt. Ja, Patricia, du wolltest gerade was sagen. Ja, ich wollte auch nur daran anschließen, also ich glaube auch, dass das noch geil werden kann und vor allem, man merkt ja aktuell, der Struggle ist so ein bisschen die Chancenverwertung und wenn man dann sieht, gegen Leverkusen spielst du 5-2, da hast du ja auch zwei kassiert, aber da gräht kein Hahn mehr danach, wenn du halt fünf Tore machst. Letztendlich ist es auch vollkommen okay, wenn du zwei Tore kassierst und halt drei machst, wenn das immer klappt so und ich habe halt das Gefühl, das ist in letzter Zeit ist das so ein bisschen abgegangen auch vorne, dass dann halt irgendwie Lindström zum Beispiel nicht mehr so geknipst hat, wie er das mal hatte, das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist, wie Basti schon gesagt hat, er ist kein Stürmer und er ist jung und wenn das jetzt so seine Down-Phase ist, meinetwegen, also der spielt richtig gute Spiele, wenn er dann halt mal nicht trifft, mein Gott, aber das wird sich, glaube ich, auch ändern, also wenn man da vielleicht einfach ein paar mehr Chancen, die man sich ja erarbeitet, man hat ja die Chancen vor dem Tor, wenn da ein paar mehr reingehen, ist das, glaube ich, auch eine ganz andere Geschichte und dann ist es auch egal, ob da war eine Dummheit in der Abwehr passiert, dass da halt irgendwie ein Gegentor fällt, dann geht es eben nicht 1-1 aus, sondern 2-1-3-1 und dann passt das schon alles, von daher glaube ich auch, wie Basti gesagt hat, sobald da irgendwie einigermaßen ein Flow reinkommt, vielleicht ein bisschen Stabilität im Personal auch und dann kann das schon laufen, also es ist jetzt nicht so, dass man, es klingt jetzt vielleicht immer ein bisschen dramatisch, wenn man so drüber redet und ach, das ist doof und das ist doof, aber in so einer schlechten Verfassung ist die Eintracht halt nicht, wie das vielleicht ab und zu mal klingt, wenn man das so vereinzelt aufdröselt. Das ist nämlich genau das Ding, weil das ist halt so eine naturelle Sache, wir reden jede Woche sehr detailliert darüber und da hat man dann vielleicht gar nicht mehr so einen Draufblick über mehrere Wochen so, also die, wir haben es ja auch schon gesagt, selbst gegen Augsburg und Bielefeld war die Eintracht besser als in der Hinrunde noch, so da hatten wir halt dann an gewissen Stellen Pech, aber wir können ja auch nicht und die Eintracht macht es Gott sei Dank nicht, du kannst ja nicht an einer vergebenen Chance von Lindström zukünftige Ausrichtungen festmachen, sondern du musst halt einfach wie Glaser sagen, ich bleibe entspannt, irgendwann fallen die Dinge auch wieder rein, das ist ja auch so, ganz wert, sie gucken jetzt auch schon alle eine Zeit lang Fußball, es ist halt einfach so, dass manche Spiele gibt, die gewinnst du, obwohl du die hättest verlieren können und umgekehrt genau das Gleiche und ich bleibe dabei, normalerweise gewinnt die Eintracht gegen Bielefeld und Augsburg, also das waren einfach dann vielleicht Umstände und eigene Fehler, die auch passieren, die dann dazu führen und was man auch betonen muss, wir können nicht sagen, dass wir wollen, dass Indica, Tuta und Lindström und alle sich entwickeln und dann überrascht sein, wenn die Fehler machen, Tuta ist das beste Beispiel, wer hätte gedacht, dass der diese Entwicklung nimmt, dass auf diesem Weg und dieser Entwicklung Fehler dabei sind, das ist leider so, du kannst vielleicht sagen, wir wollen irgendwie, dass hinterher wieder in die Spur kommt, Trapp die erfahrenen Spieler und Kamala zähle ich dann mittlerweile auch dazu, so das sind die, die das Gerüst tragen müssen, aber wir können nicht sagen, oh ja, wenn die Lindström die Trauerin macht, dann klappt das nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht, wer weiß, wofür es in Zukunft gut ist und es geht eher, meiner Meinung nach geht es gar nicht so sehr um einzelne Leute, dass dann einer sagt, Hinti ist nicht gut drauf, aber dann kann, Dennis hat zu Recht gesagt, aber Hasiba hat auch merkwürdige Fehler drin, irgendwie ist da halt trotzdem auch noch und das dürfen wir auch nicht vergessen, die Eintracht hat ihren Fußball innerhalb von einem halben Jahr schon drastisch verändert. Ja, das stimmt. So, nicht so, hier gibt Kostic den Ball, der soll aus der Halbfeld da reinflanken und dann gucken, was da drin irgendwie passiert, sondern da sind halt auch andere Ballstaffetten dabei, die teilweise schon echt gut funktionieren und vielleicht dauert das jetzt auch noch. Wir hatten ja schon in einer der letzten Folgen über diesen Zielkonflikt gesprochen zwischen langfristiger Entwicklung, die dann im Sommer aber wieder unterbrochen wird, weil dann vielleicht Leute, die es gelernt haben, dann wieder nicht da sind. Ist jetzt aber so, wir haben jetzt einen neuen Trainer, der jetzt hier ist, der hoffentlich hier vielleicht auch noch ein bisschen länger bleibt und da verlange ich schon von ihm, dass er halt einfach sagt, okay Leute, klar könnte ich jetzt hier das Spiel ein bisschen einfacher gestalten, dass wir vielleicht kurzfristiger dann mal so ein Spiel gegen Bielefeld 1-0 gewinnen, aber lieber will ich hier was implementieren, was uns langfristig hilft und das Gefühl habe ich gerade so. Weil wollen wir wirklich so, dass die Eintracht, wollen wir wirklich so, dass die Eintracht wie Bielefeld spielt? Lange Bälle, zweiter Ball, irgendwie Tor machen und dann nach hinten reinstellen. Wollen wir ja nicht. Nee. So und das ist glaube ich der Preis, den du da teilweise zahlen musst und auch der Preis für die Entwicklung von jungen Spielern, gerade wie Lindström. Ich glaube, der wird uns noch viel Freude bereiten und ich bleib dabei, Leute, die Eintracht hat es ja gesehen, Moani kommt im Sommer und wenn wir Lindström und Boré halten, wovon ich ausgehe, Moani vorne drin und hast Lindström und Boré um den rumlaufen. Ganz im Ernst, da habe ich so unglaublichen Bock drauf. Da halte ich es jetzt vielleicht auch aus, wenn wir dann irgendwie mal irgendwo 1-1 spielen, wo wir hätten gewinnen können. Ja, da sprichst du auch gerade noch einen ganz wichtigen Punkt an. Gerade wenn wir diese Entwicklung haben wollen, dass die Mannschaft sich spielerisch weiterentwickelt, dann kann ich halt auch nicht zulassen, dass ich dann alle zwei Spieltage, wenn es halt gerade mal nicht so optimal läuft, immer wieder von dem System abweiche. Dann kriege ich es halt nie rein. Das ist auf jeden Fall. Ja, klar, logisch. Abweichen vom System ist aber ja gar nicht mal nur die Frage. Ihr habt ja schön Tuta angesprochen. Wenn du siehst, diesen Zwang, dass du Spieler auf einmal, das hoffe ich ja auch bei Hinti, dass das eben dieser Zwang, er muss jetzt performen, er bringt Tuta damals. Abraham ist weg, Tuta musste bringen, musste performen, wurde dann auch durchgeschliffen, hat das gut gemacht. Lindström hätte garantiert in seiner ersten Saison, die er jetzt hier wirklich mal performt, nicht so viel Spielzeit bekommen, wenn wir im Endeffekt anderes Personal noch vorne, ja, ich sag mal, wirklich zwei gediebene oder gestandene Stürmer vorne drin, dann hätte vielleicht auch für Lindström hier die ein oder andere Spielzeit weniger auf der Uhr gestanden. Bei Lenz ähnlich hier die Situation, wir sehen ja auch dieses System, Basti, du hast es angesprochen, die Entwicklung der Eintracht weg von diesem Kostic, macht die Außen und flankt rein, ist ja auch dadurch gekommen, dass Kostic so viele Ausfallzeiten dieser Saison hat. Ich glaube, ansonsten wäre dieser akute oder dieser richtig krasse Bruch, dass du eigentlich sagst, das ist eine gute Sache, dass die Außen sozusagen nach vorne bis entweder 16er oder sogar zur Grundlinie laufen und dann eine Flanke machen, das wird ja teilweise sogar momentan dann zu wenig gemacht. Auch ein Kostic, wenn er kommt, ist nicht immer so, dass das dann so diese Standardtechnik ist. Kann aber sein, dass das auch mit dran liegt, dass er einfach sehr viel gefehlt hat, zwangsläufig hier in der Entwicklung stattfinden musste und ja, müssen wir gucken, der Zwang ist vielleicht gar nicht immer so unser Feind, auch muss man einfach schauen. Also alles jetzt schlecht zu reden, nur weil im Endeffekt Spieler ausfallen und uns nicht zur Verfügung stehen und dadurch junge oder Leute, die zumindest noch nicht diesen Bundesliga-Standard haben, den wir uns hier erwarten, das muss nicht immer schlecht sein, weil ihr habt es richtig angesprochen, Entwicklung wollen wir alle und dann ist da vielleicht doch der richtige Zeitpunkt. Ja, zumal ganz ehrlich, in wen ich wirklich große Hoffnungen habe, ist Ansgar Knauf auch, ohne Scheiß. eine Flügelzange mit Kostic und Knauf und dann der Abwehr, die wir besprochen haben, Trapp, Jakic, So, Kamada, Lindström, Boree und dann vielleicht ein Lamas, der zumindest einwechselmäßig eine Option ist. Das ist eine unglaublich geile erste Hälfte. Ja, definitiv. auch in Teilen dann schon so strukturiert eingespielt ist, dass die eben zu jemandem wie Knauf mit ins Boot nehmen können. Ja. Also das ist nicht so, dass wir sagen, Gott aus Gottes Willen, wer soll jetzt hier wen leiten, sondern du hast schon eine Achse. Du hast Tutan und Dika, die sind festgespielt. Meiner Meinung nach sind Zone, die Akic auch festgespielt. Klar, Roder in allen Ehren, aber das ist die Doppelsex, die am besten funktioniert und wenn die beide fit sind, dann harmonieren die super. Das hat unglaublich gut funktioniert. Über Kostic brauchen wir nicht reden, Kamada ist auch schon eine Zeit, lang da. Boree hat sich hier auch in kurzer Zeit hier reingegeistert und Lundström kommt auch immer besser zurecht. Das heißt, da ist ein Ansgar Knauf jetzt nicht derjenige, der irgendwas rausreißen muss, sondern der kann sich ein bisschen umschauen und mitschwimmen. Ja. Und diese erste Hälfte, wenn die fit bleibt, dann ist das wirklich eine geile Truppe und dann hast du trotzdem noch ein paar Spieler, die du ergänzend einwechseln kannst, situativ, je nachdem, wann du reagieren musst. Nochmal, und ich habe es jetzt glaube ich zum fünften Mal heute gesagt, es darf sich trotzdem keiner verletzen, weil so viel haben wir dann nicht mehr. Das ändert dann alles. Wenn Knauf und Kostic ausfallen, dann spielst du, wer weiß ich nicht, mit Lenz und Chandler. Das ist trotzdem, das ist was ganz anderes. Ja klar. Leintracht erzählt immer, ja wir wollen das System nicht umstellen. Eigentlich stellst du das System in dem Moment um, wo du den Außenverteidiger wechselst, weil das alles andere Typen sind. Das sind alles, das ist einfach ganz anders. Für So ändert sich das Spiel so sehr, ob Kostic da ist oder nicht, weil entweder muss er auf Lenz warten, oder Jakic muss auf irgendwie den Rechtsverteidiger warten, oder der weiß, Kostic da, alles klar, ich kann blind das Ding nach links bolzen und kann irgendwie doppeln und mitgehen und dass er irgendwie in die Flanke schießt oder er spielt nochmal zu mir zurück. Das ist einfach ein komplett anderer Fußball, den die Eintracht spielt, wenn die einen oder andere, wenn die eine an der einen oder anderen Stelle wechselt und das ist halt trotzdem nicht typisch. Wenn du Kamada nicht drin hast und wechselst dafür Rustic ein, hast du einen ganz anderen Spielertyp. Dann ändert sich deine Statik, dann hast du nicht mehr diesen Raumdeuter, dann hast du jemanden, der von hinten aufs Tor schießt. Ganz anderer Typ als Kamada. Deswegen kann ich nur hoffen, dass wir so lange wie möglich irgendwie in so einer, zumindest mit 13, 14 festen Spielern spielen können, trotz der Oberpokal, weil wir haben es halt auch gesehen, haben wir trotzdem zu Recht angesprochen, unfassbar stabil ist das alles noch nicht. Aber Ja, ist definitiv einer der wichtigsten Punkte, dass, wie hast du es vorhin schon so schön gesagt, die zweite Decke nicht ganz so warm ist, also hast du ja nicht so viele Optionen. Schauen wir mal. Wie sieht es denn mit Optionen jetzt für die Startelf auf? Basti hatte ja gerade eben schon mal angefangen. Ich glaube, Abwehr sind wir uns alle relativ einig. Ein dicker, hinteregger, tuter. Gibt es überhaupt keine Diskussion, oder? Jo. Jo. Jakic, So, als Doppel-6 auch gesetzt. Nein, nochmal nachher. Kostic auch. Wen setzen wir auf rechts? Basti, du hattest gesagt, Knauf. Ich stimme hier für Knauf. Patricia? Ja, ich würde den ehrlich gesagt auch gerne mal sehen. Auch, weil ich gespannt bin, was das mit dem Spiel der Eintracht macht, weil er ja halt eher aus der Offensive kommt und nicht so ein klassischer Rechtsverteidiger ist und ansonsten die Rechtsverteidiger im Kader haben wir ja alle durchprobiert mittlerweile. Mehrfach. Und so richtig zufriedenstellend war das alles nicht. Von daher, ich wäre auch offen, Knauf zu sehen, ehrlich gesagt. Dennis? Nein, finde ich gut auf jeden Fall. Es ist natürlich, da wird das Bollwerkabwehr natürlich nochmal vor eine weitere Herausforderung gesetzt, wenn du, ich weiß nicht, inwieweit Knauf natürlich für Defensivarbeit gut einzusetzen ist. Hinti in der Mitte, er muss einfach performen, dann ist es egal, dann hat auch Knauf sicherlich genug Platz auf der rechten Seite, um uns Spaß zu machen. Ich weiß nicht, würde ihm mal eine Chance geben auf jeden Fall. Und wenn wir sehen, das ist leider zu offen oder er ist zu offensiv und arbeitet zu wenig nach hinten, dann wird man eventuell wieder mit jemandem wie Chandler arbeiten müssen. Ich stimme aus reinem Optimismus auch für Knauf, bin mir aber ziemlich sicher, dass Chandler am Ende spielen wird. Und du meinst wegen Defensiv tatsächlich? Wahrscheinlich stabil. Ist wahrscheinlich auch so. Stabilität, vielleicht auch, weil man jetzt nicht zu viel Druck auf Knauf da bringen will. unterschiedlichste Gründe. Ja, wäre wahrscheinlich auch nicht ganz falsch. Aber ja, man darf sich ja noch Dinge wünschen. Man darf sich auch noch Dinge wünschen. Was wünschen wir uns denn für den Dreier-Offensiv-Verbund? Ja, das kann man da fit oder nicht? Also nach dem, was ich heute gelesen habe, war er noch im individuellen Aufbautraining. Das klang jetzt für mich nicht so, dass der direkt von Anfang an da am Samstag auflaufen wird. Dann ist für mich klar, Borel und Streben ganz vorne, Lamas. Okay. Andere Meinung oder gleiche Meinung? Ich überlege gerade noch. Ich bin noch gespalten. Ja. Also, ja, ich finde, also auch zu den Ausführungen von Basti vorhin, ich finde auch, dass man Lamas irgendwie oder Paciencia zumindest einen von beiden irgendwie näher an die Startelf bringen muss. Ob es auch direkt die Startelf sein muss oder eine Einwechslung sich eher anbietet, da debattiere ich gerade noch mit mir selbst. Ja. Ansonsten halt würde ich auf Hauge oder wie auch immer, ich kann es auch nicht mehr, und Lindström und dann wieder Borel vorne als Spitze. Wobei ich jetzt auch bei Wolfsburg, die haben ja recht große Innenverteidiger, soweit ich mich recht erinnere und sich da nicht irgendwas gravierendes getan hat. Ich glaube nicht. Wäre das vielleicht sogar ganz hilfreich, wenn man da doch nochmal irgendwie jemand großen vorne rein stellt, was dann mit Lamas ja so der Fall wäre. Aber ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist, wenn er jetzt letzte Woche gar nicht im Kader war. Von daher weiß ich nicht, aber das ist so mein Gedankengang. Zwischen den beiden Spielern schwanke ich gerade so ein bisschen. Ich muss mich ein bisschen korrigieren, glaube ich. Ich glaube, ich werde nicht beides haben können. Ich glaube, Knauf und Lamas geht nicht, weil es dann zu offensiv ist. Ich glaube, dass diese, lassen wir den Stuttgart-Move machen. Du nimmst Knauf auf die rechte Seite, spielst dann dafür mit drei Sechser, das ist aber dann für mich nicht Rode, sondern Russitsch dann. Kannst du ihn belohnen, vielleicht ist er jetzt dann in Form, dass du quasi So, du machst Jakic auf die Sechs, dass er quasi, wenn Knauf zu offensiv ist, dass du da hinten trotzdem noch eine Viererkarte daraus machen kannst. Dann hast du So und Russitsch auf der Achterposition und machst die beiden halt nach da vorne einfach Boreen, Linz rum. So ist es dann einfach. Das heißt, für mich kommt dann Russitsch dann rein und dann hast du vielleicht auch so ein bisschen die Absicherung, die Glasener will und gleichzeitig hast du mit Kostitsch und Knauf eine ganz andere Wucht, dann da vorne irgendwie rumzuwuseln. Dann kann Russitsch von hinten schießen, Boree und Linz rum können immer auf ihre Weise gefährlich werden und dann zumindest glaube ich, dass es realistischer ist, als wenn das dann noch Mittelstürmer reinballert und dann die Absicherung nicht hat. Das ist es, nämlich Bastian hast du, weil René auch vorhin noch gesagt hat, brauchen wir mehr Leute, die auch zur zweiten Reihe mal schießen können. Ich glaube, es wäre jetzt ein falsches Signal, auch Russitsch hier wieder komplett rauszurotieren. Vielleicht gut, als Einwechselspieler kann er eben noch mal kommen aber an der Position, weil Rode ja ohnehin nicht spielen kann oder wahrscheinlich zumindest, denke ich, ist das genau das, was wir sehen könnten. Also Russitsch und Linz, Röhm, Boree ist, denke ich, auch eine realistische Nummer. René, oder? Was meinst du? Mir würde es definitiv gefallen. Also ich wäre jetzt auch durchaus bereit gewesen, Lammers eine Chance zu geben. Ja, aber Patrizio hat es schon richtig gesagt, man muss sich auch nicht gleich übertreiben, von nicht im Kader direkt in die Startelf. Na ja, vielleicht kann er, nein, ganz ehrlich, wenn Boree wirklich irgendwann mal müde wird, dann bringst du halt ihn mal rein, dann haben wir da vorne Lamasse Lindström, dann kann man das, also vielleicht ist es auch zu viel, ich kann ja nicht die ganze Zeit meckern, dass sich bei der Eintracht zu viel verändert und es dann selber fordern. Weil, ändert sich natürlich auch komplett ab, wenn du ein Mittelstürmer da vorne drin hast. Ja. Und wenn Kamada fit ist, dann muss er natürlich spielen. Ja, wenn Kamada fit ist, Rustic auch. Ja. Ja, definitiv. Wobei, also wie gesagt, für mich klang die Variante mit individuelles Aufbautraining jetzt noch nicht nach ist fit. Ja, also wir sind uns einig, wenn Kamada fit ist, dann Kamada. Ansonsten finde ich ehrlich gesagt die Lösung mit Rustic jetzt auch nicht so schlecht, wenn, so wie ihr sie jetzt beschrieben habt. Also das wäre jetzt, ich habe es richtig verstanden, prinzipiell genauso wie gegen Stuttgart, nur Rustic statt Rode in dem, vom System her, vom Aufbau her. Genau. Ja. Ja, warum nicht? Und Knauf statt Klenler. Genau. Ja, genau. Rustic ist mit Sicherheit dann auch ein bisschen. Die Stadtversebe haben wir doch wieder. Aber doch, wir wollen nicht so viel ändern. Die selbe Startelf, nur mit drei Änderungen. Ja. Ja, okay, verletzungsbedingt. Was willst du machen? Weil wir experimentieren wollen auf rechts, aber das ist ja nichts Neues hier. Vergleich zur letzten Startelf und sogar vier Veränderungen, weil Kostic wiederkommt. Das ist einfach, siehst du, selber, selber, nee, aber das ist mit dieser rechten Seite wirklich so, dass man denkt, boah, bitte, bitte, bitte Ansgar, bitte. Ja, wenn das mit Knauf nichts wird, wie ich das gelesen habe, die Eintracht ist ja mittlerweile an Rechtsverteidiger Nummer 6 dran. Sorry. Wir haben hier sechs Rechtsverteidiger im Karte. Naja, der kann spielen. Wir haben zwar keinen Stürmer, vielleicht auch in Zukunft keine Abwehr mehr, aber Rechtsverteidiger. Wenn wir früher alle auf die sechs umgeschult haben, spielen wir in Zukunft nur noch mit Rechtsverteidigern. Naja. Schauen wir mal. Gut, dann haben wir eine Aufstellung und da hätte ich jetzt hier gerne Ergebnistipps von euch und Frau Patricia steht zuerst hier an der Liste. Dann sage ich, es wird ein dreckiges 1-0 für die Eintracht. Maximal offensiv aufgestellt, 1-0. Ja. Basti. Boah, ich sehe nicht, dass die Eintracht dieses Spiel irgendwie gewinnt. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, dass das Ding 2-2 ausgeht. Ich sehe auch ehrlich gesagt die Null nicht aus meinem Ergebnistipp, aber ich gehe trotzdem mit 1-0. Unwahrscheinlich, aber nun gut. Schauen wir mal. Dennis. Ich bin etwas optimistischer. Ich gehe auf ein 3-1 für die Eintracht. Ja, ich nehme jetzt einfach das erste Ergebnis, was mir gerade eben in den Sinn kam, auch wenn es maximal unrealistisch ist. Ich sage 4-1. Sollte das eintreffen, Rene, dann gebe ich dir irgendwas, was du willst aus. Irgendwas, was ich will aus. Okay. Weil dann kann ich ja wirklich mit kurzer Hose in den Doppelpass gehen. Ja, für jedes, für jedes, ja, kannst du? Oder, ohne Hose. Ohne Hose. Beim 5-1 dann aber ohne Hose. Ich sage es jetzt hier, wenn die Eintracht 4-1 gegen Wolfsburg gewinnt, dann gehe ich mit Adiletten in den Doppelpass. Oh. Ja. Nein, wenn das mal keine Motivation ist, das hoffe ich, dann muss ich aber tatsächlich das am Sonntag dann gucken, weil dann reißen sich die Menschen da auf YouTube im Chat wahrscheinlich wieder vor Empörung irgendwelche Körperteile aus. Ich schicke jetzt hier live in der Sendung hin, in die Sprachnachricht. Geil. Gude, mein Lieber. Wir machen hier gerade Eintracht-Podcast und ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen, zu sagen, wenn ihr gegen Wolfsburg 4-1 gewinnt, dann gehe ich am Sonntag, bin ich im Doppelpass eingeladen, dann gehe ich da mit Adiletten hin, mit Schlappen. Also, mein Lieber Freund, tragt das mal in die Mannschaft und gewinnt bitte 4-1 gegen Wolfsburg. Alles klar, weil ihr Lieber, wie sie uns. So. Wird großartig. Geil, Alter. Ganz im Ernst, mir scheißegal. Müssen wir gucken, ob die mich dann lassen. Wir werden es erleben. Ansonsten machen wir hier bei Change.org irgendwie so eine Petition oder sowas. Kriegen wir hin. Wenn nicht, mal tue ich die irgendwo da verstecken und ziehe die halt live an. Heimlich so. Sollen die die Sendung dann abbrechen oder was? Unter dem T-Shirt versteckt. Versteckt die dann? Das ist dann so abgeführt aus der Sendung. Ich sage in der Sendung, ich gehe kurz auf Flattern, dann ziehe ich die in die Toilette um und kurz 10 Sekunden bevor es losgeht, sitze ich halt da. Ich glaube nicht, dass der Moderator sagt, stopp, 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 bevor wir jetzt über Bayern sprechen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du dich vor der Sendung auf diese Toilette sneakst und wie in so ganz schlechten amerikanischen Krippiserien in der Toilettenspülung die Adiletten in so einer Flachküte eingewickelt, was da dich irgendwie versteckst. Nee, da will ich das nicht rausholen. Ich werde die irgendwann anders verstecken. Vielleicht werde ich den Kompliz hinbeauftragen. Die dann heimlich Adiletten reinreicht. Oh, bitte Eintracht. Mir wäre es natürlich jetzt dein liebster Eintracht gewinnt, 5-1. Ohne Hose, mit Adiletten. Großartig. Großartig, großartig, großartig. Also, wer abhängig vom Ergebnis dieses wunderbare Ereignis, was dann da am Sonntag live bei Sport1 stattfindet, sehen möchte, der muss dann auf jeden Fall den Doppelpass einschalten. Sehr schön. Traumhaft. Dann habe ich hier nur noch ein letztes Thema auf der Liste stehen, was ich zumindest ganz kurz anreißen wollte. Habt ihr die Aussage von Krösche bezüglich Umbruch im Sommer mitbekommen und die Gerüchte, die dann danach aufgetaucht sind? Nee, also er hatte sicher, ich glaube, das war im Rahmen von einem Kicker-Interview, zum einen gesagt, dass man ja dem Kader vertraut und jetzt dementsprechend im Sommer nicht aktiv werden wollte, im Winter nicht aktiv werden wollte und das viel spannender ist, dann tatsächlich diesen Sommer auf das kommende Sommertransfer-Fenster und dass man, dass sich in den nächsten Wochen entscheiden wird, wie groß der Umbruch ist und dass man dann mit den Leistungsträgern, die nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit haben, sprechen will, inwieweit mögliche Vertragsverlängerungen möglich sind. Und da hat er ganz konkret Etendika, Kamada und Kostic genannt. Also das klingt für mich so ein bisschen nach, man stellt sich jetzt schon mal so ein bisschen drauf ein, da Ersatz finden zu müssen. Was ich in diesem Interview gut fand, war, dass er gesagt hat, dass er gerne die Mannschaft zum Beginn der Sommervorbereitung fertig hätte. Das fände ich ja schon mal eine gute Entwicklung. Bedeutet aber auch, wir können uns wirklich dann noch mal unter Umständen auf dieses Thema Umbruch im Sommer einstellen. Das hätte mir es geahnt, René. Genau. Und da tauchten ja auch schon verschiedenste Gerüchte auf, dass man eben jetzt an Innenverteidiger Nummer 6 von Salzburg dran ist. Genau. Dann haben sie ja noch einen Innenverteidiger aus Frankreich wohl auf der Liste. Ja. Ich hoffe, dass dann noch ein Ersatzstürmer auch drauf ist. Ja. Maybe. Am Ende verletzt sich Mohani in der Vorbereitung und dann nix. Sie so wieder selbst spielen. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben es ja schon gesagt, es wird ein spannender Sommer, aber jetzt erst mal 4-1 gegen Wasburg gewinnen. Ja, genau. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann in den nächsten Wochen dann entwickelt und was man dann vielleicht so an Informationen aus der Mannschaft hört. scheinen aber auch eine ganze Reihe an ablösefreien Spielern dann auch dabei zu sein, was wir ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, schon gesagt haben, dass da sich auch in der Richtung wahrscheinlich das eine oder andere tun wird. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. All right. Dann würde ich sagen, braucht ihr jetzt hier nicht mehr dran zu bleiben. Wir haben alles, was wir zur Eintracht besprechen wollten, erschöpfenderweise behandelt. Wir hatten es gerade eben schon gesagt, Sonntag auf jeden Fall Doppelpass schauen. Der liebe Basti ist da zu Gast und wir werden dann nächste Woche bestimmt dann auch mal drüber sprechen, wie so deine Erfahrungen da waren und wenn wir es hier nicht tun, dann wirst du das mit Sicherheit bei den Kollegen von 390 ausführlich behandeln. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hinter der Paywall natürlich. Ah, nächste Woche ist wieder erste Montagswoche? Nee, 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 aber Doppelpass Erfahrung bespreche ich immer nur in den Mittwoch Fun Friends folgen. Ah, okay. Also werdet Fun Friends, liebe Freunde. Genau, also nachdem ihr uns unterstützt habt, könnt ihr gerne auch drüber nachdenken, Fun Friend zu werden. Es sei denn, ihr mögt Morscherie, so wie ich, dann könnt ihr das leider nicht. Aber gut, das ist die Kröte, die ihr dann da einfach schlucken. Tja, nee. Nee, hinterfrag dich mal. Ich hinterfrag mich nicht, ich geh gleich in die Küche, nehm mir eine Handvoll Morscherie und werde die essen, das werde ich tun. Dein Schlafgut. Gut, dann wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und viel Spaß am Wochenende beim Spiel der Eintracht gegen den VfL Wolfsburg und wir melden uns dann in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 hey Hey, hey, es kann man von Hey, 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 es kann man von Hey, 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 es kann man von Hey, 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 es kann man von